So, da sind wir wieder. Wieder mit dem Pencave hier. Und jetzt geht's weiter, hoffentlich ohne Lags, bei der Mapcube-Seption 2. Richtig. Und ich hab mir extra was zu lesen mehr gebracht, damit es nicht so langweilig war. Ach ja, genau, ich auch. Ja, genau. Ja, dann setzen wir uns mal schön auf den Balkon und lesen ein bisschen. Buch? Was ist das denn? Das ist mein Buch eingesammelt. Ja, da ist ein Loch oben. Das ist ja interessant. Das ist mein Buch. Ich geb dir dein Buch wieder. Ja, musst du schon nehmen. Da hinten an der Tür sitzt. Richtig, genau. Okay, da geht's weiter. Genau, da war ich schon drin, leider. Echt? Ja, du kannst es ja trotzdem mal zeigen. Im Prinzip ist es nur, man öffnet dann da unten die Tür. Hast du schon? Hab ich schon, ja. Aber zeig es trotzdem mal, damit... Ey! Damit man sieht, was da... Das war zum, wegen Öffnen der Tür. Ohne Aufnahme. Ach, hier ist eine Ruine, eine kleine... Also, hier sind die Kabbel zu uns runtergefallen von der Decke. Das ist ja gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo genau du bist. Ja, ganz oben. Achso. Ja, dann geh ich mal hier runter. Kuchen. Und ich hab grad gesehen... ...dass ich vorher was übersehen hatte. Wasser. Mal schauen, ob du es auch siehst. Das ist hier? Im Hauszimmer. Ich hab's vorhin übersehen, als ich, ähm... ...als ich hier runterkam und die Tür aufgemacht habe. Das ist da unten? Hm? Richtig, das ist da unten, hab ich aber gesehen. Da scheint's irgendwie weiterzugehen. Ja, da geht's, äh... ...irgendwo weiter. Die Bilder schauen grad so aus, als ob da ein Geheimgang ist. Ist aber nicht. Von der anderen Seite kann's gar nicht sein. Also. Hm. Dälde ich sagen, mal nicht so rund. Sondern hoch. Hm? Irgendwie... Ach nein, einer muss nach unten und einer nach oben. Okay, warte, ich hab hier einen Hebel. Was bewirkt der bei dir? Nix. Nichts? Ich mach den mal an und aus. Hm. Ich weiß auch nicht, was der gerade eben gewesen ist, leider. Hm. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Bist du beim Anfang? Ja. Okay, dann geh nochmal hier unter das Glas. Da. So, das siehst du nicht. Ja. Jetzt, äh, geh da nach da drüben. Okay. Okay. Jetzt bist du da. Ja. Und jetzt geh da rüber. Worüber? Hier. Okay. Jetzt sind hier zwei... Äh, jetzt geradeaus, weiter. Geradeaus, okay, weil da auch noch ein Glas war. Nein, äh, ja, genau hier. Ah, ein Buch. Juhu. Oh, hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es weitergeht. Es sind ja aber jede Menge Hebel. Ja, der bewirkt nichts. Hm, ist aber komisch. Ja, okay, weitergehen. Da geht's nicht weiter. Dann geh mal da rüber, so. Worüber? So. Da, okay, da ist nämlich ein Weg. Und dann da weiter. Okay. Hier ist noch einmal ein Hebel und der bewirkt wahrscheinlich auch wieder gar nichts. Genau. Hm. Überhaupt nichts. Interessant. So, ich bin jetzt, äh... Äh, probier mal... Geh mal zurück. Ja. Probier mal in die Seite da rüber zu gehen. Okay. Hm, hier... Und jetzt rechts. Nee, hier ist aber nichts. Hier ist geschlossen. Achso. Sackgasse. Und links ist auch eine Sackgasse? Ja. Aber dann muss ich hier rüber wahrscheinlich und hier nach rechts gehen. Genau. Da jetzt weiter nach... Geradeaus. Und jetzt kommst du da weiter? Hm, ja. Hier komm ich weiter. Okay. Okay, und dann da, genau da rüber. Nein. Hier? Genau. Okay. Und jetzt nach links. Und dort ist ein Hebel. Oder eine Druckplatte oder irgendwas. Ja, hier ist ein Hebel. Stell dich mal drauf. Ist was gebracht? Ja, ein Piston ist ausgefahren. Ja, ein Piston ist ausgefahren, aber ich weiß nicht. Ich glaub, du kommst ein zweiter. Ah, genau. Genau, ich bin jetzt wieder draußen. Jetzt bist du unter Lava. Über Lava. Unter Lava. Achso, unter Lava und unter Wasser auf der anderen Seite. So, Central Town Underground Access. Okay, dann tun wir mal den Knopf. Yay. So, hier kommen wir dann wahrscheinlich weiter. Kann ich mal sagen. Ja, das schaut so aus. Die Leiter einmal hoch. Ah, okay. More water smells like frost. Du bist ja belesen. Du bist lesen. Psst. Achso. Äh. Hast du schon? Ja. Hey, you like oceans, ocean more. Fragezeichen. Ich sag gar nichts. Okay. Ich sag nur, hier geht's irgendwie weiter. Durch Wasser. Irgendwie ist es zum Luft holen. Aber ich will nicht ertrinken. Einmal durch die Kanalisation schwimmen. Lecker. Ja, ist sicher toll. Das ist was, was ich schon die ganze Zeit, jeden Tag täglich mache. Okay, ich erinnere mich das nächste Mal. Da musst du runter, genau. Nein. Damm. Ach, das ist doch einfach. Dann schaue ich den Unspeed mal beim Fählen zu. Yay. Ich wette, jetzt macht er das auch noch extra im Zeitraffer oder so. Nein. Und tut so, als würde ich hier drei Stunden lang nur rumfällen, was auch irgendwie der Fall ist gerade. Genial wäre es, wenn ich ein Schiff loslasse und runterfalle. Hm. Das sind so komische Strömungen. Ja, ich glaube, die sind beabsichtigt. Ja. Die sind trotzdem komisch. Ja, ist ja eine Kanalisation. Weißt du, wenn ein dicker Brocken auf einer Stelle reinfällt, dann ist da ein Zug runter. Genau. Aua. Du machst immer die ganzen Falltüren auf und ich muss die dann immer wieder... Äh, du kannst einfach runter. Ja, dann stamm ich leicht. Ja, hey, macht ja nix. Oh, jetzt muss ich das mal lesen. Jetzt geht es hier um Infizierter. Ah. Look at this. Look at this. There in the castle. Ach, das ist weiter. Deuce? Hä? Es ist was? Those. Okay. Those that they called infected? Lava, lava, lava. Always makes me nervous. I'm not afraid of lava. As long as we don't have to swim in it. Hehehe. Hehehe. Those sind übrigens diese da. Aha. Ja. Stay away. Stay away. Okay, gehen wir mal rein. Äh. Da ist nix drin. Stay away or beat bullets. Ne. Or eat bullets. Bullets? Bullets wahrscheinlich. Stay away. Do not trample on repeaters. Okay. Also ich glaube, da will jemand nicht, dass wir diese Falltüche hier öffnen. Zu spät. Oh. Yay. Achso, okay. Oh. Hier ist bestimmt TNT drunter. Warte, gehen wir mit... Nein. Zu spät. Oh, das ist einfach gar nichts drunter. Das ist einfach nur abschreckend. Da ist ein Buton. Da ist auch ein Buton. Hier ist auch ein Button. Und hier ist wahrscheinlich ein Geheimgang. Oh, oh. Was denn? Hier steht Old Note. This is not for selling. 100 copies of Pre-Katalysm Playgirl and XXX should be sealed and delivered to the boss. Ja, komm mal her. Hier sind Buttons. Hier ist auch ein Button bei mir. Ja, da sind zwei Buttons. Hm, okay. Warte, ich drück erst mal den hier. Ah, okay. Okay, den können wir uns aber gleich noch anschauen. Ja. Hä? Warum ist jetzt die Tür zu? Hm. Mysterious. Mysterious. Wer erzählt? Äh, ich weiß gar nicht, wo die Button sind. Ach, hier. Wasche Seite. Und hier. Ah, okay. Du. Drei. Zwei. Eins. Ah, jetzt sind die Türen wieder offen. Okay, dann gehe ich wieder in meine Tür. Nein! Ah, ich verstehe. Man darf die richtigen. Drei. Zwei. Eins. Rennen. Wie habe ich das denn? Ja, ich bin da so rüber gesprungen. Hm. Mysteriös. Also, das schaut echt so danach aus, als ob da so ein Geheimgang ist. Ist das aber nicht. Ne. Paintings verbinden auch was Separation, Schedule, Fools zum Beispiel. Ach, vielleicht wenn wir die Knöpfe drücken, dass da da eine Tür aufgeht hinten vielleicht. Okay, drei, zwei, eins, los. Ne, sieht aber schlecht aus. Man muss hier aber wirklich offenbar genau den richtigen... Das war es nicht. Hallo. Und los. Okay, dann probiere ich hier mal gerade durch. Ach, Mist. Und los. Ne, jetzt war ich zu schlecht, sorry. Und los. So. Ich probiere halt einfach mal beide gleichzeitig zu drücken. Dass du da vorne stehen bleibst und ich versuche es zu drücken. Was ist das denn? Ich glaube nicht, ne? Ne, du brauchst mehr als acht Ticks. Ja. Hm. Ja, du bitte mit deinem Tickstar, der Redstone-Experte. Ach, mach mal einfach noch einmal einen Tipp von durch, wie verrückte. Okay, und los. Uah. Okay, das war es nicht. Vielleicht, äh... Vielleicht suchen wir uns wirklich mal einen Weg. Also, vielleicht machen wir es mal so, wie es eigentlich beabsichtigt ist. Ja, okay, dann klicken wir mal. Okay. Und los. Und los. So, bei der Tür mal. Genau, also ich weiß, äh... Hm, ne, ich weiß gar nichts. Ich würde mal sagen, ich probiere mal die hier. Nein. Toll. Oh man, jetzt muss man alles ausprobieren. Ist ja langweilig. Woher ich die? Auch toll. Komm, lass mal so ein Spiel draus machen. Ich probiere jetzt... Nein, ich probiere... Ey, ich probiere die hier. Ah, nein, 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 nein. Dafür probiere ich jetzt... Äh... Genau die hier. Nee. Toll. Wahrscheinlich ist es die ganze letzte. Können wir ausprobieren. Nein, die ist es auch nicht. Dann ist es die vorletzte. Ich sag die vorvorletzte. Sind jetzt da nur noch zwei übrig? Oh, das ist nicht berühmt. Drei, zwei, eins, klick. Okay, ich probiere die vorletzte. Nein, verdammt. Okay, jetzt end's... Warte, ganz kurz, warte mal. Ich möchte... Mich würde mal interessieren, äh, ist es hier auch die vorletzte? Nein, okay, die Wehre sind nicht, ähm, synchron. Vielleicht sind sie aber gespiegelt. Ja, das kann sein. Schauen wir mal. Okay, das probiere ich dann noch einmal. Ja, okay, die Wege scheinen wirklich gespiegelt zu sein. Das heißt, wir müssen uns an einem rausfinden und dann... Ja, dann probiere ich jetzt so noch eins weiter vorzugehen, also drei. Jetzt immer nach links, links, links. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach links ist, weil ich bin ja gesprungen. Welches links? Äh, jetzt geradeaus. Also nein, stopp. Also wenn du... So wie ich gucke, dann nach links. Genau. So, und jetzt... Geradeaus? Bitte? Geradeaus, oder wie? Ich würde sagen, noch eins nach links. Ah ja, jetzt wird er wahrscheinlich geradeaus? Ich wette was, die... Ähm, nur die erste Reihe bewirkt was. Nee, schau mal, wir sind ja reingesprungen. Ja, aber da haben wir immer irgendeine von den ersten berührt. Glaube ich nicht. Aber wir können es gleich mal ausprobieren. Siehste? Ja, Mei. Macht doch nix. Bist du schon da? Ja. Click. Okay. So. Nach rechts bis jetzt. Click. So. Drei bist du nach vorne. Drei. Dann zwei nach links. Eins vorne. Und ich glaube, noch einen nach vorne. Jetzt wahrscheinlich einen nach rechts. Ja. Und dann gehe ich noch einen nach rechts. Ach, okay. Da geht keiner mehr nach rechts. Okay. So. Drei nach vorne. Zwei rechts. Zwei nach vorne. Einen rechts. Jetzt nach vorne? Nach vorne, genau. Jetzt würde ich es dann rechts. Ja. Nee, warte. Ja, doch. Ja, okay. Und dann ist klar. Nee. Ich glaube, die einfach... Spring einfach. Ja. Okay, die bewegt nix. Okay, warte. Jetzt muss ich... Drei da. Dann zwei. Waren wir jetzt jetzt zwei nach vorne? Ja, ne? Ja, genau. Zwei nach vorne. Eins nach rechts. Genau. Eins nach vorne. Eins nach rechts. Nein! Irgendwo müssen die Fehler gemacht haben. Ich bin noch immer draußen. Oh Mann, ich bin rausgegangen. So. So, also. Drei nach vorne. Zwei nach rechts. Äh, links. Einen nach vorne. Einen nach vorne. Ja, genau. Einen nach rechts. Einen nach vorne. Einen nach rechts. Hä? Hier ist es anders. Die letzten sind anders. Definitiv. Dann wechseln wir mal Seiten, würde ich sagen. Ähm. Oh mein Gott. Ach so, ja. Ähm. Das ist, ja, das ist definitiv anders. Wahrscheinlich muss man da gerade ausgehen statt rechts dann. Beim letzten. Ja. Also. Ja, okay, probier du noch. Äh, da bewirken die beiden da nichts. Das bewirkt auch nichts. Da bist du gerade drüber gelaufen. Oh. Oh, interessant. Hat er vielleicht einen Fehler gemacht. Der Ersteller oder die Ersteller. Okay. Ja, und jetzt mache ich es bei mir. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, da, 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 da und so. Hallo. It's nice. We're not here. Be we're not to. You really can. You know. You can. This is the one. You can.